jo Leute herzlichen willkommen zu einem neuen video ja und da wollen wir jetzt wieder dabei hallo und wir spielen heute quick badwars so aber heute mal besonders denn wir haben komm schon nicht soviel zeit wir nehmen das gerade um halb zwölf auf und das video soll eigentlich um 1 uhr kommen mal gucken ob wir es schaffen deswegen ist das video eigentlich uncut ja haben wieder sehr gut geplant eigentlich sollte Kors kommen aber irgendwie also wenn ich mit OBS aufnehmen lag zu sehr wenn ich wieder Windows Game Mod aufnehmen da läuft es flüssig aber da funktioniert der Ton nicht gescheit und deswegen ja hoffe ich dass es jetzt so einigermaßen funktioniert wie ich jetzt geplant habe heute abend beginnt ein neues projekt und zwar euch mit über dir und zwar minecraft cloudwolf kam ja gestern der trailer ist so ein skyblock projekt halt soll heute abend anfangen im stream wahrscheinlich auch wenn das funktioniert und ja im trailer habt ihr vielleicht schon gesehen genau hier jetzt noch mal anti sind und jetzt geht die runde aber auch zum glück schon los so ok geht los alles und let's go ja da kann man sich in der mitte schon vercampen jetzt kommt gleich der fast bridge profite so jetzt wollen wir schon mal das gute item package hier so nice da erster ich hab jetzt mal ein anderes texture pack und zwar das mine saw lime edition genommen keine ahnung ob das so besser ist oder nicht achten da wollen wir welche zu uns ne äh ich habe 5 gold und 2 uhr ok ich hab gar keinen bekommen ja die hat er typisch genommen ist das gold haben äh nö ich hab schon kopf denn als schwert ist mir mal rüstung kaufen baust du mal das bett ein äh kann ich machen warte aber ich aber erst das ist immer doch ein bett blau oh der kommt schön blauer ok ich kann schnell einbauen 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 ja weg rückstoß eisen schwer rückstoß eisen schwer äh die erste sagt aber warte äh ein neues Bett ist weg welches unseres nein flink ich nicht dann sind wir zuerst mit dem Bett jetzt sagen wir haben wir wollen ja ganz nebenbei sieht gut aus für uns Ok, der Wett ist eigentlich ganz nice eingebaut jetzt. Äh, ich hole wieder ein bisschen was an Zeit. Ich habe ihn getötet. Ok, nice. Es gibt noch einen blauen. Echt? Wo ist der? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Was? Was ist mit seiner Base? Ok, ich komme mit. Wo ist der? Da drücken. Warte. Speed. Ist da. Warte, ich komme. Keine Ernst. Ja, ich habe ja welche gekauft um ein Bett abzubauen, aber. Ja, scheiß Angler. Alle, als ob die Angle so weit hoch geht. Ok, das hatte ich nicht erwartet. Oh, ich kann das Item Package kaufen. Soll ich dir auch eine kaufen? Wir haben noch 8 Uhren übrigens. Äh, 6 Uhren. Hier, Item Package für dich. Richtig, nice. Sehr schön. Zack. Kommt er, kommt er? Oh ja, er kommt, er kommt, er kommt. Hä lol. Ne, er ist in der Mitte. Oh, ich habe es zu euch nicht getan. Ja, gut. Ähm. Er kommt, er kommt, er kommt. Nein. Du angelst mich jetzt nicht runter. Schaffst du das? Ja, weiß ich nicht. Der Tip hat da angel. Soll man eine Angel kaufen? Wie verpasst du den? Er kauft immer eine, das sieben Eisen, glaub ich. Okay. Aber der Angel ist halt runter, sofort. Stell mich hin, ich, stell mich hin. Angel mich, Angel mich. Oh, halleluja. Jetzt wäre fast runtergefallen. Okay, äh, Angel ist wo? Bei Spezial. Gib dir ja zurück. Ja, aber jetzt weiß ich, dass ich mir auch einen Angeholt habe. Äh, ist, sind wir gerade safe? Ja, er ist in der Mitte. Okay. Äh, dann verlängere ich... Er geht zurück in seine Bait, scheiße, scheiße, scheiße. Dann verlängere ich mal kurz unser Bett. Alter. Hallo? Nein, er hat ein Diaschwert. Oh. Ah, ich hab jetzt auch eine Angelung hier runter. Okay, nice. So, nehmen. Komm noch, ich komm noch. Achtung, er ist da oben. Hm. Ja, aber in unsere Base. Ey, geh du mal in unsere Base. Ich pass hier auf, auf der Mittelinsel. Okay. Hä? Oh, er ist schon oben. Ja. Ja. Super. Ich komm mir auch mal an. Wenn ich's überlebe. Nein, überlebe ich nicht. Wer hat's gedacht? Ja, wir haben in unserer Base noch ein bisschen was an Eisen. Das reicht aber nicht. Ja, ich komm mir wieder ein Item Package. Mal rein, mal rein. Ach, ich hab noch Eisen. Ne, braun ihn nicht, braun ihn nicht, braun ihn nicht. Ich sterbe eh wieder. Komm. Ah, Mann, Alter. Was denn? Angel Player. Achtung, angel dich. Nein, ich bin runter gefallen. Achtung. Jetzt hat er gesehen, dass ich einen Tumor, wo er mich nicht runter angehen kann. So. Oh, nice. Maes hat uns bisher ein Zeitpunkt. Er ist da... Also, jetzt hab ich die Schuhe. Wo? Der unten. Er kommt, der kommt. Dann baut sich hier hoch so eine Pussyhöl. Der kommt in unser Bett dran. Hast du eine Angel? Nein, aber hier kann man nicht runter angeln. Ah ok. Nein, Mann! Das kleine Kitty, Alter. Ich hasse Angel. Wieso gibt es das nicht Angel in Minecraft? Mann! Ok, ich bin wieder auf der alten Insel. Ok, er kommt runter. Oder? Ja. Da läuft sie los. Mann, kleine Pussy. Nein, unsere Zeit! Unsere Zeit! Darauf hat er die ganze Zeit gespielt. Oh! Jetzt muss ich mir Gutes kaufen. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Wartung! Er ist oben, er ist oben! Pass auf, pass auf! Der wartet jetzt so drauf! Er kommt runter, er kommt runter! Er ist unten, er ist unten! Ich glaube, er hat nur einen Schwitzer gezogen, ne? Nein, ich bin tot! Nein! Komm schon! Was machst du denn? Weg! Guck! Ah, Scheiße! Egal! Eine Runde können wir noch spielen! So ist das! Ich wollte abhauen! Ah, nein! Okay, egal! Lernst du schon! Hi, Lobby! Und Insect The Match! Alter! Also dauere ich jetzt gut! Was zum Teufel? Ich wollte es ja nicht sagen, aber willkommen in der nächsten Runde! Da hab ich tatsächlich ihn doch, die Wartezeiten rauszukotten! Nice! Der Maid ist... Als ob was ist er? Ähm... Alfkar! Aber wir haben zumindest einen! Juuuuh! Alle, die Partikel sind geil! Die Frippartikel? Aber okay! Das ist ein nice! Ja, das Text aber gefällt mir! Cool, vielleicht mal, ob ich noch andere von dem... ...geil finde! Nein! Ich wollte mir ein Item Package kaufen! So! Opa, baut sich jemand zu uns! Das kann ich jetzt sehen auf meiner Menü-Map hier! Erst da! Aufpassen! 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 Wo ist der da? Nein! Die war fiese Gelbe! Was suchst du denn? Ich hab gleich erstmal Blöcke holen oder so! Ne! Oh ne, ich bin zu guter... Äh... Nice! Achtung! Oh nice, ich bin nicht gestorben! So! So! Das hat sich jetzt erledigt mit dem Uncut! Oh! Unser Mate macht mal was! Pfff! 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 Den Ernst, wieso kochen sie immer... ...wieso kochen sie alle immer die gute Sekunde? Ich weiß noch nicht! Wo ist er? So! Was? Wo ist er? Wer? Der Typ! Welcher Typ? Der uns angreift! Achso, wir werden wieder angegriffen? Nein, wir werden immer noch angegriffen! Achso, immer noch? Okay! Soll ich wieder zurück in die Base, oder? Ja! Wäre vielleicht sinnvoll! Okay, dann für mich! Oh, scheiß, scheiß, scheiße! Er ist runter! Er ist runter! Aber ich hab Bett eingebaut! Ha! Hast du nicht erwartet, hä? Ist er tot? Ja! Hat sich nicht gelohnt wieder zurückzugehen? Doch! Zack, zack! Mann! Als ob der uns bemerkt hat! Nein! Was denn los bei mir? Ach du Scheiße! Movement is da! Guten Fluch! Oh, das ist viel Eisen! Das ist richtig viel Eisen! Das ist richtig viel Eisen! Willst du auch ein Eis wert? Ja, bin ich auch dafür! Okay! Ne, brauche nicht! Doch, gib mir, gib mir! Habt ihr mal eins gekauft! Da liegt's! In der Villager! Höllo, manchmal, mal die Items da nicht tauschen! Ich hoffe, können wir uns nirgends tauschen! Auf Heimwechsel hab ich's gewusst! Aber hier hab ich's nicht gewusst! Was wollte ich mit V5? Irgendwas! vergessen wir werden angegriffen schon wieder neun müssen wir ich gehe mal zeit holen weil sonst unser bett jeden moment dauern wo bist du ich baue gerade ein bett ab Ok Oh f**k Oh f**k Warum wurde uns 150 Sekunden Zeit so gutgeschrieben? Bei unserer Mate Oh! Der ist bei uns Echt? Ja Die sind bei uns Ok Und ich backe im Block Nice Cool, dass ich allein bin Ja, gut schön Wirst du denn? Bei Blau Ok Schreibt mir mal, wenn jemand kommt Ja, aber da muss ich richtig ghosten Ah Die kommen gerade alle Und der eine mit Bridges über dir Oh shit Und der Hardcore PvP Fight Die hat Schwert von Rüstung Ich habe keine Rüstung Ab in die Lobby Ab in die Rotion Äh, muss wieder eine gemeinsame Lobby So, dann würde ich sagen, war es das von dem Video Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen hoch und Daumen lassen Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder Bis dann und ciao! Ciao Ciao Ich bin eine Maschine Ich bin pissen Bis zum nächsten Mal.